die dhv news vom 11 november 2022 und maryland legalisieren herzlich willkommen bei den dhv news wie üblich der hinweis wenn wir früher drehen wir drehen wieder früher nämlich jetzt haben wir gerade donnerstag mittag und themen die danach noch kommen sind logischerweise nicht in den news der übliche hinweis und zwei ganz konkrete themen von denen ich schon weiß die nicht drin sind möchte auch kurz erwähnen beides medizin themen tatsächlich ein urteil das für heute also in meiner realität heute donnerstag erwartet wird zum thema cannabis als medizin kann ich noch nicht besprechen weil ergebnis noch nicht da ist und die diskussion um den gemeinsamen bundesausschuss der krankenkassen gedöns zum thema richtlinien erstattung von cannabis als medizin habe ich auf dem schirm muss ich mir noch mal intensiv angucken komplizierter prozess und so weiter das machen wir auch nächste woche auch diese news hier sind ein bisschen improvisiert weil wir halt wirklich sehr viel zu tun haben also speziell ich jetzt im moment auch und von einem termin zum nächsten lauf ja die letzten news sind ja ausgefallen welche in den niederlanden war zur feier des 25 jährigen jubiläums des coffee shop verbands und andere cannabis unternehmigen wie es da drüben heißt also ja dann wieder hier gewesen diese woche ein politiker termin nach dem anderen nicht alle öffentlich sichtbar aber einige doch zumindest durch die vorlage der eckpunkte der regierung ist noch mal ordentlich bewegung reingekommen jetzt macht es auch wieder sinn sich mit den ganzen politikern zu unterhalten und über details zu reden über die strategie die da jetzt gefahren wird mit der eu-kommission aber eben auch was steht in den eckpunkten drin was wollen die politiker selber noch ändern was haben wir für wünsche und so weiter und so fort führerschein thema habe ich hier in den letzten wochen öfter gebracht ist natürlich eins was ganz vorne steht ja weil das der punkt ist wo am allerwenigsten bewegung drin ist zum beispiel eigenanbau ist ja dabei wo wir sagen alles klar die anbau klubs wollen wir auch haben und paar mehr pflanzen bitte und so aber führerschein thema ist halt noch eine komplette nullnummer weil der verkehrsminister wissing fdp bisher sagt die gerichte sollen das machen ich will damit nichts zu tun haben deswegen jetzt an der stelle auch noch mal der hinweis es ist nach wie vor natürlich sinnvoll den handverband als fördermitglied zu unterstützen ja also man hat den eindruck dass viele jetzt abwarten ja sich das ganze angucken irgendwie die hilfe hat den glauben daran verloren darf weil legalisierung hinkriegen oder hat die regierung überhaupt will ja und die anderen denken sich naja guck ich mir mal an ja also auf youtube aber so geht es halt nicht jetzt ja wir brauchen nach wie vor euren support vielleicht mehr denn je wir haben eine historische chance cannabis zu legalisieren jetzt aber es gibt auch viele hürden und es schadet nichts wenn die legalis lobby da so stark ist wie nie zuvor ja also außerdem gibt natürlich jetzt auch ein paar leute die tatsächlich durch inflation und so weiter die uns jahrelang unterstützt haben jetzt aus finanziellen gründen auch mal wieder aufhören ja den staffel start übergeben würden gerne an den nächsten oder die nächste die gerade die 60 euro im jahr flüssig hat also es wäre nicht schlecht wenn man mal einen dicken schub neue fördermitglieder rein kriegen würden beim handverband damit war hier eben auch unsere lobby arbeit weitermachen können ja während die eu-kommission auf diesen eckpunkten rumkaut zu dem thema also was ist da jetzt eigentlich los mit der eu-kommission auch darüber habe ich natürlich mit vielen leuten gesprochen mittlerweile und es wird ja so wurde ja so dargestellt als wäre das ein echtes verfahren was da jetzt angestoßen wurde ein vorprüfungsverfahren ist ein schönes wording dafür ja aber das gibt es gar nicht bei der eu also das gibt es nur für tatsächliche gesetzentwürfe die kommen dann in ein offizielles notifizierungsverfahren wo die eu dann abklopft okay passt das jetzt mit unseren eu-regeln zusammen oder nicht und da kommt halt irgendwie ein go oder no go und die bundesregierung hat jetzt gesagt okay wir machen das trotzdem jetzt schon obwohl noch gar kein gesetzentwurf da ist mit unseren eckpunkten um eben in der eu ja die ganze sache schon mal anzukitzeln sozusagen im besten fall auch eine antwort zu bekommen ja dass die im besten fall sagen die ja alles klar ihr habt schon recht man kann auch so die eu gesetze interpretieren und regeln macht man ruhig weiter in die richtung vielleicht noch mit diesem und jedem hinweis von wegen da müsste aber restriktiver sein und da müsste restriktiver sein oder so dann passt hat oder sie sagen halt nee geht gar nicht oder sie sagen gar nichts ja also unsere erste auskunft war erst mal so das ist kein offizielles verfahren ja die die eigentlich beurteilen wir nur offiziell gesetzentwürfe also kann auch durchaus sein dass die eu-kommission sich überhaupt weigert irgendeine antwort zu geben auf diese ganze geschichte und sagt ja was wollt ihr denn jetzt ja liefert mal einen gesetzentwurf also das ist wirklich schwer zu sagen auch die frage wie lange dauert das ganze noch es ist immer so die rede gewesen von drei bis sechs monaten das sind die offiziellen fristen für ein offizielles notifizierungsverfahren wenn eben gesetzentwurf vorgelegt wird aber ist hier nicht der fall ja es geht nur um eckpunkte und deswegen ist völlig unklar wie lange das jetzt dauert mit ein bisschen glück geht es aber schnell ja und dann werden wir weiter sehen was ich aber glaube ich sagen kann ist dass tatsächlich der wille da ist in der regierung in den ministerien im großen ganzen jedenfalls ja vielleicht bis auf ein paar altlastenbeamte da dass sie die legalisierung durchführen wollen ja diese koalition und vorwärts kommen wollen aber es gibt eben tatsächlich juristische hürden wo man jetzt guckt wie man damit umgeht man kann sich auch darüber streiten ob die strategie jetzt optimal ist da erst mal diese eckpunkte hinzuschicken und zu gucken wie die reagieren oder ob man erst den gesetzentwurf fertig haben sollte und den hinschicken ja wer etwa so irgendwie als jetzt vorgestellt haben spontan hätte gesagt lieber so rum aber unabhängig davon ob man diese konkrete strategie gut findet oder nicht die arbeiten ernsthaft an der legalisierung das glaube ich kann ich mittlerweile doch deutlich sagen dass das jetzt keine komplette nullnummer ist ja von wegen wir wollen ein nein haben von der eu-kommission damit wir das ganze beerdigen können den eindruck habe ich mittlerweile tatsächlich nicht mehr gut ja so viel vielleicht erst mal dazu ja man darf sehr gespannt sein wie das weitergeht bei der eu-kommission wir haben auch übernächsten montag ein interviewtermin mit kamen wegge die uns dazu vielleicht auch noch mal einiges erzählen können wird bis dahin ja sich auch noch mal erkundigt hat intern mit ihren kanälen wohin die reise da geht in der eu-kommission da bin ich auch gespannt drauf gut aber jetzt mal so viel dazu dass ihr den ganzen prozess ein bisschen einschätzen könnt ein thema was dabei auch noch eine rolle spielt ist der outdoor anbau ich sag ja wir sind gerade am rumlaufen bei den politikern und so weiter ja und sprechen diese und jene themen an grundsätzlich könnt ihr auch immer davon ausgehen wir orientieren uns dabei an unseren eckpunkten die dhv-eckpunkte für die legalisierung ja die findet ihr nach wie vor auf unserer seite das ist das programm das wir da vertreten und da picken uns natürlich ein paar wichtige themen dann raus wo wir besonders darauf hinweisen sagen hier das fehlt das fehlt ja das hätten wir gerne noch das ist wichtig ja oder so akzeptabel ist das nicht wenn nicht dies und jenes dabei ist und so und diese woche war tatsächlich noch mal ein thema wo ich noch hier nicht groß drüber gesprochen habe das ist der freiland anbau der outdoor anbau von cannabis auf freiem feld mehr oder weniger natürlich jetzt vielleicht irgendwie gesichert ja können sie meinetwegen stacheldraht rummachen kameras hinhängen und hund rumlaufen lassen auf jeden fall anbau unter freiem himmel sollte zumindest auch möglich sein ja die nachfrage wird dann den rest regeln und die energiepreise ja ob man dann ohne lampen anbaut ob die nachfrage dafür da ist aber zumindest die möglichkeit sollte gegeben sein und ist in der aktuellen version der regierungseckpunkte eben nicht gegeben entsprechend gab es auch pressemeldungen dazu teilweise sehr ampelfeindliche aus sehr konservativen zeitungen ja die nochmal richtig hochgefahren haben von wegen diese legalisierung ist der klimakiller oder sowas ja völliger blödsinn weil ja auch jetzt schon das ganze gras unter lampen angebaut wird und das kann nur besser werden also jetzt ist jedenfalls beim gras beim hasch weniger aber wenn nur die helfe davon vom outdoor anbau in gewächshäuser kommt wäre das schon ein riesen fortschritt ja von daher sind diese meldungen blödsinn aber trotzdem ist natürlich das beste was man energietechnisch machen kann der anbau unter freiem himmel und dann wäre es auch so kostengünstig dass man auch in deutschland zum beispiel anständiges haschisch herstellen könnte was ja so jetzt bisher in eigener produktion hier in deutschland nicht groß mitgedacht wird es gab dazu eben auch in der presse diese meldungen wo ich auch zitiert worden bin ja von wegen lasst den eigenen outdoor anbau zu den freiland anbau und eine gegenposition von kam wegge die da zitiert wurde und gesagt wurde ja damit kann man die qualität nicht richtig erzielen das ist glaube ich nicht das was wir wollen und so und ja solche themen sind dann eben auch die die wir dann da nochmal mit einbringen nochmal daran erinnern nochmal ein bisschen erklären ja auch jetzt schon haufenweise leute outdoor anbauen und dass die menschheit 7000 jahre lang hanf outdoor angebaut hat ohne lampen drüber zu hängen ja und die ganze zeit irgendwie blüten geraucht hat ja ohne dabei umzukippen wegen giftiger zusätze oder so und ohne keinen rausch zu erleben also freiland anbau ist einer unserer punkte die wir da gerne noch hätten als ein beispiel dafür was wir da gerade machen wenn wir unsere politikerrunden machen und damit wir das alles machen können ja unterstützt den handverband werdet fördermitglied ihr findet den button auf der dhv seite ich habe übrigens gleich den nächsten termin ja es kann sein dass mich der martin gleich unterbricht und sagt jetzt musst du los ja dein termin geht gleich los dann gibt es mal einen schnitt in den dhv news da haben wir auch nicht alle tage machen wir nachher weiter zum thema nochmal ernsthaftigkeit der regierung legalisieren zu wollen manche mögen mir das vielleicht jetzt nicht glauben aber wer auf jeden fall nicht legalisieren will ist die union womit wir auch noch mal beim thema wehren auch der bundesrat ist ein problem kann die legalisierung möglicherweise noch stoppen endlich wird es auch mal aktuell wahrgenommen ja dass das ein problem sein kann beim thema bürgergeld da droht die union ja auch mit einer blockade und das glaube ich das erste mal dass so fundamental da sich kein kompromiss abzeichnet und auch die ampel koalition mal wach wird und sieht okay das ist wirklich ein problem mit dem bundesrat und das könnte uns auch bei cannabis blühen insofern ja cdu csu sind ein problem nächstes jahr sind noch mal landtagswahlen wo wir das vielleicht lösen können und ich habe letztens darauf hingewiesen wie märz gepostet hat ja wir werden alles unternehmen um die legalisierung zu verhindern was ja schon hinweis auf den bundesrat wäre sie haben wir nochmal nachgelegt bei dem thema ja und zwar so absurd dass kein mensch mehr die cdu csu ernst nehmen kann da war ja gerade der parteitag csu parteitag und da will ich euch nochmal ein paar statements zeigen zum beispiel von marcus söder ich kann das ständige gemeckere von herrn lauterbach und seine warnungen nicht mehr hören es ist unglaubwürdig vor corona zu warnen und kiffen zu erlauben liebe freundinnen freunde und auch nochmal friedrich merz wir sind relativ viel in holland kennen das land einigermaßen da sind fünf gramm freigegeben mit fatalen folgen für die bevölkerung insbesondere für die junge generation jetzt will herr lauterbach 30 gramm freigeben ja das ist so absurd dass da so bei so einem csu parteitag der alkohol gefeiert wird wie verrückt ja regelrecht gefördert wird es gab auch noch ein statement von marcus söder bei einer brauerei jubiläumsfeier ja da hat er auch nochmal einen tollen spruch abgelassen und alle die ständig immer sagen man muss kiffen 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 kann ich nur empfehlen lasst kammer bis weg bleibt beim bayerischen meister das alles führt natürlich dazu dass ähnliche satire sendungen das aufgreifen ja so das ganze ist überhaupt nicht mehr normalen nachrichten gelaufen oder so sondern ausschließlich nur noch in satire spalten gelandet sozusagen beispiel dafür extra drei was hat der mann eigentlich geraucht nach auf jeden fall keinen broccoli derlei teuflische dinge erfordern freilich eine klare kante unseres ministerpräsidenten ich will keine drogen in beiden aber zehn maß in ehren kann niemand verwehren oder auch die heute show das ist ja dann der einstieg immer mehr 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 und dann ist die abhängigkeit extrem größer weil er cannabis als einstiegsdroge wissenschaftlich widerlegt ist der wissenschaft glaube ich nicht so einfach kann man sich natürlich auch machen ja also so viel zur cdu csu die kann man nicht mehr ernst nehmen aber was man ernst nehmen muss ist dass sie halt irgendwie einen totalen film fahren gegen cannabis und lieber saufen und deswegen eben sehr wahrscheinlich im bundesrat die legalisierung ablehnen werden also auch nächstes jahr gilt geht wählen und verhindert die cdu und die csu in bayern ein beispiel dafür wie es besser laufen kann und das wahlen einen unterschied machen jedenfalls sieht es im moment so aus ist niedersachsen da ist es ja den niedersachsen den wählern gelungen tatsächlich die cdu aus der landesregierung zu vertreiben ja ein bisschen schrittchen mehr richtung blockade mehrheit unterbrechen der cdu im bundesrat aber es hat auch ganz praktische inhaltliche auswirkungen jedenfalls erst mal auf dem papier im koalitionsvertrag da steht nämlich drin ich zitiere mal bis zu einer bundesgesetzlichen änderung zur entkriminalisierung von cannabis nutzung zum eigengebrauch werden wir in niedersachsen die entsprechenden erlasse überarbeiten damit bereits jetzt alle fälle des besitzes einer geringen menge von cannabis entkriminalisiert werden also endlich geht man bundesland vorwärts das was wir ja auch gefordert haben auf vor der sommerpause haben wir noch einen brief an alle landesjustizministerien geschrieben dass sie doch bitteschön die geringe menge regelungen anpassen sollen in allen fällen einstellen bei eigenverbrauchsmengen und die mengen ein bisschen hochsetzen ja da hat man da wirklich da so weit wie die länder das eben können die entkriminalisierung schon mal vorweg nehmen man hat zwar immer noch strafverfahren dann als konsument aber die werden halt dann immer eingestellt dass man halt bei weitem noch nicht alle bundesländer und da könnten sie halt schon mal irgendwie ein bisschen endlich mal was liefern ja dass man wirklich mal sieht es verändert sich was niedersachsen ist jetzt das erste bundesland das darauf eingeht und sagt jawohl machen wir ja wir werden die einstellungsregeln so verändern dass halt praktisch alle verfahren bei wegen geringer mengen bei bei konsumenten eingestellt werden top niedersachsen ja leider steht nix im koalitionsvertrag zum thema bundesrat wie steht da die zustimmung zur legalisierung normal bräuchte man das auch bei einer rot grünen koalition nicht nur eben wenn cdu dabei ist aber der ministerpräsident weil hat sich ja vor der wahl skeptisch geäußert und gesagt da ich weiß nicht ob ich dazu stimmen würde ja ich bin da skeptisch und so trotzdem kann man glaube ich bei der koalition jetzt rot grün davon ausgehen und eben auch bei diesem satz hier von wegen bis zur bundesweiten änderung greifen wir schon mal vorweg und entkriminalisierende konsumenten kann man wohl auch davon ausgehen dass die stimme von niedersachsen im bundesrat damit auch auf ja steht oh zeit ja ich muss jetzt zu dem anderen termin so da bin ich wieder es war ein online call zum thema track and trace weiß nicht ob manchen von euch sagt das vielleicht was es geht um eine technische nachverfolgung von produkten in dem fall eben cannabis die amerikaner sagen vom see to sale dass da also quasi so ein barcode an die pflanze gleich dran gemacht wird und bis zum verkaufen gramm im laden genau nachvollzogen werden kann wie der handelsweg war damit eben auch die angst vor der bösen schwarzmarkt gefahr ja die da aus den produktionsstätten raus blubbern könnte ja eingedämmt wird und man weiß okay hat alles genau seine richtigkeit und ordnung und so weiter damit befassen wir uns auch ja zumal es eben jetzt tatsächlich auch in den eckpunkten der regierung drin steht wir hatten als der frau track and trace nicht gefordert unbedingt von uns aus aber unser interesse an der debatte ist schon da ja aus sicht der konsumenten leben auch dass einerseits wenn es zur sicherheit der produkte beiträgt wunderbar ja aber andererseits haben wir auch ein interesse daran dass es viele kleine anbieter auch gibt nicht nur großkonzerne und dass die dann eben mit so einem system auch gut klarkommen und nicht irgendwelche riesigen finanziellen oder auch hürden haben überhaupt damit umzugehen mit so einem system deswegen befassen wir uns damit und deswegen ist auch für euch gut ja dass leute wie uns gibt wie den handverband eure lobbyisten sich auch aus konsumentensicht in solche geschichten einzumischen sich das genau anzugucken und zu sagen okay wollen wir wollen wir nicht oder wollen wir nur unter diesen und jeden bedingungen und so weiter wir sind ja nicht in erster linie ein youtube-kanal ja wir lassen euch hier nur nebenbei quasi was mitkriegen von unserer arbeit unseren recherchen also mitglied werden fördermitglied beim handverband zu sehen auf unserer seite button unterstützen ja dann seid ihr im boot und helft uns dabei ja da eben on track zu bleiben und für euch da eben auch mit solchen technischen details uns zu befassen jetzt aber wieder zu den news ich war stehen geblieben eigentlich vor der top nachricht des jahres sozusagen auch denn so viel legalisierung auf der welt haben wir ja noch nicht tatsächlich immer noch nicht das geht nach wie vor langsam vorwärts und jetzt war eigentlich klar diese woche ist es mal wieder so weit wir können unsere legalisierte weltbevölkerung ein tick hoch drehen weiter schrauben es gab abstimmungen in den usa in fünf verschiedenen bundesstaaten zur legalisierung von cannabis und ja da kann man in der regel davon ausgehen ja da wird zumindest einige davon werden legalisieren und so war es auch jetzt wieder insofern ja meilstein hurra es gibt zwei weitere us-staaten nämlich maryland und missouri ja also die haben auch cannabis legalisiert und der volksabstimmung erst mal und deswegen haben wir unsere legalisierte weltbevölkerung die wir beim handverband zählen seit colorado sozusagen der us-bundesstaat diese entscheidung gefällt hat wir zählen die einwohner laut wikipedia dem aktuellen beitrag für das entsprechende gebiet in dem fall beide genau 6,2 millionen einwohner gerundet maryland und msui haben beide 6,2 millionen einwohner also 12,4 millionen plus auf unserer statistik der legalisierten weltbevölkerung was ein bisschen mau ist für dieses jahr ist nicht so furchtbar viel passiert letztes jahr war es was mehr und es sind auch nicht alle durchgekommen ja also von fünf abstimmungen eben nur zwei die gewonnen haben die anderen haben mehr oder weniger knapp nicht die nicht gewonnen ich kann aber es nicht legalisiert da ist auch ein fall dabei gewesen wo es vielleicht gar nicht so schlimm ist ja weil das war eine industrieinitiative die haben auch viel geld da reingesteckt aber wollten vor allen dingen sich ein monopol schaffen ja also die bisherigen medical dispensaries die jetzt schon im geschäft sind und medizinisches cannabis verkaufen die wollten im prinzip sich für sich alleine sichern und sagen ja da verkauft werden dürfen nur die nur nur von denen oder zumindest größtenteils ja die automatisch kriegen die alle lizenzen so weiter anbauen und paar lizenzen kann man auch andere vergeben ja und eigenanbau soll nicht sein ja damit die da irgendwie schön ein geschäft machen können da waren viele aus der community auch nicht dafür insofern ist auch okay ja kein wunder die nicht durchgekommen sind damit an anderen stellen muss man auch sagen es war natürlich auch jetzt super konservative staaten dabei die ersten us-staaten die eben das geschafft haben oder wo oder wo man dann eben auch die ganze den aufwand betrieben hat so eine volksabstimmung zu machen und die ganzen unterschriften dafür zu sammeln und so weiter hat man natürlich die liberalen us-staaten genommen wo eben eine siegwahrscheinlicher war und jetzt kommen halt die harten brocken wo dann eben nicht mehr so ein durchmarsch ist und dann hat man halt auch noch mal zwei von fünf us-staaten deren legalisieren aber immerhin ja haben wir wieder zwei mehr wieder 14 millionen leute die demnächst in laden gehen können und sehr bald entkriminalisiert sind die regeln sind ein bisschen unterschiedlich ihr könnt auf der homepage des handverbands den artikel dazu nachlesen wie viel pflanzen jetzt da zum beispiel erlaubt sind wie viel gramm man sich rumtragen darf und so und sind auch mal die original dokumente verlinkt das dauert auch da natürlich jetzt eine weile bis wirklich shops aufmachen in einem fall muss auch komplett müssen vollständig die regularien jetzt noch mal erst aufgestellt werden von der politik also das volk hat nur beschlossen kann am besten soll legalisiert werden und politik soll das jetzt mal regeln mit so einem gesetz da und so mit den ganzen details das ist also noch lange nicht klar hat wird dauern aber der grundsätzliche beschluss steht deswegen haben wir sie aufgenommen in die liste einmal muss man bis jetzt auch einen start wieder rausnehmen aus der liste weil dann der oberste gerichtshof diesen volksabstimmung wieder gekippt hat das war glaube ich south dakota south dakota und die waren jetzt auch wieder dabei ja und habe ich jetzt nicht mehr geschafft ja das ist auch so eine bekloppte geschichte nebenbei die hatten letztes mal eine knappe knappe mehrheit für legalisierung dann hat gericht den beschluss gekippt muss dann noch mal abstimmen und jetzt haben sie knappe minderheit ja so mehrheit gegen dagegen also wirklich das 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 ist ein trauriger rückschritt letztendlich dann an dem punkt muss man auch mal hinnehmen unterm strich aber ist auch die gesamte legalisierung in usa natürlich jetzt fraglich ja das ist ja auch jetzt mit den midterm wahlen hat ja nicht nur diese diese volksabstimmung mit sich gebracht sondern ändert jetzt möglicherweise auch die mehrheitsverhältnisse in den beiden volkskammern der usa jetzt zum zeitpunkt des drehs ist das alles noch nicht so ganz klar ja ob die demokraten ihre mehrheit im haus verlieren und wie das im kongress weitergeht im senat ja also der kongress das gesamte ding ja und dann sind zwei parlaments kammern haus und senat und im grunde brauchen die demokraten für einen vernünftigen legalisierungs durchmarsch die mehrheit in beiden kammern und danach sieht jetzt eben nicht mehr aus da haben sie auch zeit verbummelt ja die hatten jetzt zwei jahre zeit mehr oder weniger im haus hatten sie auch schon mal eine mehrheit für legalisierung für ein relativ simpel gestricktes gesetz was dann eben auch den bundesstaaten viel spielraum gelassen hat und im senat wollen die demokraten aber unbedingt jetzt eben auch den großen wurf machen ja und das alles einmal komplett durch regulieren für amerika hat immer ewig gedauert ja hieß es immer ja entwurf kommt entwurf kommt ja und jetzt haben sie ihre mehrheit verloren da wie aussieht ja das ist also auch bescheuert insofern sind wir noch ganz vorne dabei im rennen um platz drei auf der welt der deutschen nationalstaat der kann das legalisiert nach jetzigen hochrechnungen und prognosen und so weiter sieht nicht so aus als würden die usa uns da überholen an dem punkt aber tschechien ist eine noch eine wichtige konkurrenz ja ich habe letztens schon mal überlegt ob ich das mal erwähnen soll hier da habe ich ja auch schon mal gesagt kolumbien habe ich erwähnt hier in den news die machen uns konkurrenz die haben jetzt auch gesagt sie wollen cannabis legalisieren und haben auch schon erste entwürfe die in der beratung sind allerdings auch noch viel verfahren vor sich auch sich ausschüsse und weiter und sofort wieder noch beraten und zustimmen müssen würde es noch ein bisschen dauern aber tschechien ist jetzt auch offiziell unterwegs und es gibt ein paar schöne medienberichte darüber ich habe ein bisschen was verlinkt in der video beschreibung können da mal gucken auf tagesschau.de in arte video gibt es dazu und so und die sind jetzt auch im gesetzgebungsverfahren sind dabei erste entwürfe zu besprechen vielleicht überholen die uns sogar noch ja das wäre auch ein ding aber immerhin ja die sind auf jeden fall offiziell on track und da gibt es immer noch nicht so viele länder auf der welt die wirklich offiziell gerade den plan haben cannabis zu legalisieren message tschechien ist im boot auch die wollen volles programm zuletzt kleine meldung ein katholischer bischof hat sich auch für die legalisierung ausgesprochen wobei natürlich unter strengen bedingungen viel prävention viel beratungsangebote und so und begrenzte entkriminalisierung des cannabis konsums steht dann da auch manchmal im artikel da irgendwie so sehr vorsichtig formuliert aber letztendlich geht es darum dass der bischof bode für die legalisierung ist also auch denn nichts gegen jetzt einen verkauf hat und so weiter aber eben im sinne der beratung und hilfe die kirche betreibt ja auch viele sucht beratungsstellen und so ja da in dem zusammenhang dann eben auch sagt die müssen auch vernünftig finanziert werden also ist auch ein bisschen wirtschaftliches eigenmarketing dabei aber sinnvoll natürlich ist ja dann auch nach der legalisierung das geld dann dafür da diese unterfinanzierten beratungsstellen endlich mal vernünftig auszustatten insofern gute sache ja auch die kirche fängt an zu diskutieren das kann sicher nicht schaden und damit komme ich zu den terminen wo auch ein bisschen diskutiert werden kann bei euch vor ort möglicherweise unsere hamburger ortsgruppe ist sehr aktiv im moment wieder die machen erst mal am freitag kurz nach eröffnung eröffnung dieses videos hier ja am 21 uhr am 11 november ein infostand auf der substanz kleiner sprachwitz offenbar da ist eine große partiesauser angesagt von irgendeinem psychedelic netzwerk oder so und da ist sie die ortsgruppe hamburg mit im infostand am start bestimmt lustig mit party dabei und so ja kann man sich mal geben dann berlin treffen der ortsgruppe dienstag 15 november das gleiche mit dem hanftisch unserer ortsgruppe in heidelberg auch dienstag 15 november und noch mal dienstag 15 november noch mal hamburg der klönschnack unserer ortsgruppe dann in düsseldorf mal nix mit ortsgruppe da ist eine diskussionsveranstaltung zur legalisierung mit unserem lieblings ökonomen professor justus raukapp und der diskutiert mit professor norbert scherbaum ein suchtforscher aus düsseldorf vom klinikum essen ist der und die diskutieren aber in düsseldorf an der uni und dann haben wir noch mal einen vortrag in groß gerau cannabis wird legalisiert wann wie und warum eigentlich organisiert vom dgb kreisverband und der referent ist mein kollege florian rister vom deutschen handverband in groß gerau donnerstag 24 november und noch mal hamburg treffen der ortsgruppe donnerstag 24 november und das war's ja werdet fördern mit geht beim handverband abonniert diesen kanal mit glocke und liked dieses video ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen großen abend 4 4 8 1 5 6 11